Folge den Lehren der Schriften, aber lerne es, die Schriften auf gute Weise umzusetzen. In den vielen Aussagen der Yogameister heißt es, die Schriften seien maßgebend. In den bekannten großen Schriften steht so viel über Yoga, über Meditation, über spirituelles Leben, was Gott wirklich ist. Es heißt, dass die großen Schriften die alten Lehren auf gute Weise verkörpern. Und so ist es wichtig, dass du den Lehren der Schriften folgst. Aber die Lehren der Schriften müssen moduliert werden. Jede Zeit muss sie von Neuem interpretieren. Wie zum Beispiel Anfang des 20. Jahrhunderts jemand in Indien, die den Lehren der Bhagavad Gita gefolgt hat, ist vielleicht etwas anderes oder sicherlich etwas anderes als im 21. Jahrhundert im westlichen Kontext. Und so ist es gut, die Schriften zu lesen, zu überlegen, welche Lehren stehen dort drin und zu überlegen, wie kannst du die Lehren der Schriften in unserer heutigen Zeit umsetzen. Und so ist es gut, wie kannst du die Lehren der Schriften lernen, und wie kannst du die Lehren der Schriften in unserer heutigen Zeit umsetzen. Vielen Dank.